hallo es geht weiter mit neuen waffen super op wir haben jetzt alle die gleiche so gesehen nur eine andere version ist standard waffe aber voll tot und böse und tot ja die sind voll nice voll gut jetzt wird es ermetzelt jetzt haben wir alle eine gute waffe ich will gar nicht wir haben davor 18 minuten gebraucht wahrscheinlich wie lange wir jetzt brauchen es sind aber auch nur so toll weil sie leuchten nein ich habe es vergessen ich habe nur noch ein kaltgetränk ja das reicht okay hoffen wir mal naja glaub mir wenn wir jetzt alle so eine gute waffe haben also wenn wir das mal zu finden ist mir natürlich nicht schlecht das ist immer am gleichen wacht ja ich habe keine ahnung von der map ja gut nach zwei mal solltest du vielleicht wissen wo es ist ungefähr nein weil ich die karte nicht habe und dadurch nicht sehe wie das aussieht alles im hier ja und wenn man hat so oft ohne kaltgetränke bekommen wir gar nicht so viel schaden ja es ist dann da den vorbei idioten War der da? Oh, ups. Der ist ein Bardolph, der ist gerade im Schlamm. Ja. Aber der hat sich gut getan. Neee! Er hat mich Idiot genannt! Oh, meine Waffe ist so schön rot. Rot. Wow, ich hab zwei Hits gemacht. Und wahrscheinlich mehr Schaden als eine komplette Kombi mit meiner Waffe. Ich stelle mich da behindert an. Es fühlt sich einfach besser an. Auch wenn es gerade genau das gleiche ist. Meine weiße Schärfe ist weg. Ich habe trotzdem noch eine bessere Schärfe als mit einer anderen Waffe. Ah, es ist so schön, es macht Schaden. Ich glaube, wir waren viel zu lange, viel zu schwach. Ich glaube auch. Aber es ging eigentlich von der Geschwindigkeit her. Und wer war dran stolz, dass wir jetzt geile Waffen haben? Ah! Äh, ich antworte gleich, aber... Äh, uah! Jetzt muss er nur noch stehen bleiben und ich kann den treffen. So, ähm, wer dran schuld war, also im Großen und Ganzen betrachtet wir alle. Aber du hast die Waffen gesehen. Und ich war schuld daran, dass ich meine Waffe nicht verbessert habe. Und deswegen nachschauen musste. Stimmt! Stimmt! Das ist jetzt aber kein Grund zu sagen, dass das ein schlaues Thema war. Gottverdankt! Jetzt bin ich das Geschlammte. Und frei. Ja. Ich bin nicht frei. Oh doch. Komm schon! Ich will doch nur mein Schwert aufladen. Ah, die Leiden an das Lange. Es ist cool, dass das so ein Blatt musste in meinem Schwert drin haben. Das sind eben fossile Sachen. Und wer macht seinen Badegang kaputt? Schauen wir mal, der spritzt das Wasser raus. Ja! Ungerief! Komm schon! Oh Gott! Ich hab Angst! Der guckt mich an! Ach! Ich muss mich nicht mal angucken und da macht mir weh. Ah! Hui! Oh, wie man einfach das Blutspritzen sieht! Au! Ich einfach nur noch links und rechts davon gewischt werde von so einem blöden Schweif. Ich gritte mittlerweile hin und wieder, weil ich hab ne Fähigkeit wo ich mehr Grit hab und die Waffe davor hatte Minus Good. Jetzt hab ich... Wieviel hab ich jetzt? Null Prozent hast du normalerweise. Zehn! Ich hab jetzt zehn Prozent. Aber nur wegen der Skill, oder? Ja, das hab ich doch. Schlechter Spieler. Jetzt hab ich ein rotes Schwert, das rot ist. Ähm. Das sieht toll aus. Voll edgy. Ja, ich auch. Die sind jetzt voll die... Shadow and the Longsword nenn ich das. Wir sind jetzt voll die... Dark Lords. So, heile heile Gänzchen. Besoraten Schwänzchen. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Halt's Maul. Was musst du? Ja, ich weiß aber es ist schön. Ey, ich finde die Waffe sieht einfach viel besser aus, wenn man in eine andere Richtung schaut. Also, wenn ich zu dem Ausgang, wo wir gerade sind, hinschaue, dann zieht die Waffe viel cooler aus, als wenn ich in die andere Richtung schaue. Weil die Sonne richtig hingemacht haben. Ja. Oh. Das ist cool. Moment, ich hab nur noch grüne. Noob. Jetzt noch grüne Schärfe. Solltest du unbedingt mit Waffen wetzen, weil das macht 50 Prozent Schaden auf. Ungefähr. Jetzt bringt der Skill... Ah, sorry. Ja, von grün auf weiß macht... Wie viel? 32 Prozent kann es sein? Ich hab keine Ahnung. Ja, viel Schaden, viel Schaden. Das sollte man... Das nicht vergessen. Weil grün hat 105 Prozent Schaden, blau müsste 120 haben, er hat weiß 132. Es ist so schön, jetzt bringt der Skill auch endlich mal was, dass ich, wenn ich wetze, die Schärfe für eine Minute lang nicht untergeht habe, wie lange er weiß. Ich brauche jetzt auch so langsam mal coole Skills für sowas. Echt nicht? Ja gut, war mehr Zufall, dass ich den Skill habe. Oh. Ich verstehe nichts. Hoi, ja! Aber meine Ristlinger sind cool, also ist deine das auch was wert. Nein. Doch. Ich bin der Weiße und du bist nicht weiß. Ich bin genauso weiß. Aber ich bin weißer. Okay. Ich vergleich gerade. Du bist silbrig. Ja, aber Silber ist... Silber ist weiße. Nein. Silber ist Silber. Warum heißt die Farbe so? Hey, hier ist... Was ist das? Schau mal, hier ist ein Seegras. Ein veraltetes. Was? Ja, schau mal. Ja, cool. Ist doch voll sexy. Oh nein. Nicht, nicht, nicht. Stop it. Au! Ich hab's getrunken. Ist son die gerade anwesend? Ich glaube, er ist gestorben. Hey, er bewegt sich nicht. Familie. Familie ist doch was schönes. Aber er kriegt auch keinen Schaden, oder? Doch, er kriegt Schaden. Es ist schade, er stirbt. Ja. Gut, dann töten wir eben Barott bevor er Hundi tötet. Ja. Ich sehe gerade... Oh. Hallo. Ich... Ich hoffe mal, dass er sich auch mutet, während er hier... Äh, hat er doch. Wahrscheinlich. Sonst würden wir ihn ja hören. Vielleicht... Nein, vielleicht nimmt er das denn noch auf. Was bei ihm im Hintergrund abgeht. Oh, der kann schon Videobearbeitungszeug machen, bestimmt. Okay. Hallo? Ach. Hallo? Ja? Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, vielleicht nicht, ich muss abdechen. Wichtige Dinge. Ahhhh. Wichtiger als Monster? Okay. Leider ja. Oh. Okay. Geht schon klar. Ich mach den Solo. Nein. Bye, bye. Okay. Euer Aufnahmestür beenden. Hui, toll. Okay. Dann tschau. Bist du schon weg? Oh, der ist schon raus. Okay, au. Ja gut, dann ist das jetzt ein Duo-Kommentarie. Wie? Das heißt, wir brauchen doch länger. Ahhhh. Ein bisschen. Aber wir haben ja schon so oft so lange drauf gehauen. Ich denke, der ist schon relativ nah dran am humpeln. Ja. Vor allem, eigentlich geht der voll gut. Ja. Vor allem, wenn ich ihn jetzt reite. Und auch nicht. Vor allem, wenn ich ihn jetzt... Oh, der ist weggegangen. Aber wenn ich... Wenn ich ihn jetzt reite. Oh, ich hüpfe nicht. Okay. Vergiss du es. Ich will ihn gar nicht reiten. Aber das ist gut. Hm? Weil dann fährt er einmal um und ist auf dem Boden. Oh, der rennt schon wieder um. Oh, der wird baden. Achtung. Dann fällt er um und ist auf dem Boden. Ach so. Ich dachte, er fällt um und ist nicht auf dem Boden dann. Hey. Ja, vielleicht gibt's Dinger, die fliegt. Was soll die Kacke jetzt? Mann. Oh Gott mein Leben. Uiuiui. Easy. Uiuiui. Ich hasse es, wenn das so rennt und dann hinter sich auf einmal das Schlamm herholt. Das ist die Cheering-Version. Normalerweise macht er das nicht. Ja. Hallo. So. Naja, aber. Geht schon. Schärfe weg. So, jetzt tumpelt er gleich. Ich seh's. Ich hab mir das jetzt voll angewöhnt, viel zu schnell auf Schärfen zu drücken. Weil, man es ja gewohnt ist. Und man ist halt so. Ich weiß, ich hab's erwähnt. Da dann wegzurollen. Aber das ist voll die schlechte Angewohnheit in dem Spiel. Oh, nein, 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 nein. Okay. Hier muss er da echt vorsichtig sein, weil dann ist man voll offen. Angriff. Ja. Ach komm. Was war das? Ich hab ihn aber nicht mehr getroffen. Und ich dachte, der rennt gleich auf mich zu und latscht schon mal auf und dann fährt er um. Ja. Wieso ist der abgeflogen? Weiß es nicht. Das ist Hunties Geister immer noch mit uns kämpfen. Ach, warte mal, wenn man schärft, ist man gar nicht direkt auch voller Schärf. Ähm, kommt drauf an mit was für... Obwohl? Nee, kommt nicht drauf an. Ähm, manchmal... Ja, ich glaub manchmal ist das so, hab ich gelesen. Was aber in... Ich hab's aber bei Monster on the World gelesen. Nein, ich hab's in irgendeinem Reddit mal gelesen. Okay. Dass das manchmal so ist. Ich kenn das mit diesem Mini im Bettstein. Ja, richtig. Aber sonst... Ähm... Keine Ahnung. Das verwirrt mich auch grad bisschen. Keine Ahnung. Oh! Außer ich hab mir irgendwo minderwertige Wettsteine gefahren. Ja. Oh, okay. Habe ich den Schweif schon? Ich sag schon, wir sind 11 Minuten und Huntie war die halbe Zeit nicht da. Oh, wir sind einfach gut. Die Waffen sind jetzt etwas stärker. Ich glaub wir sind einfach krasser ohne den. Nein. Ah, stimmt eigentlich. Ja, Huntie war Becken, wir waren schneller. Das muss doch der Grundein gewesen sein. Ja. Ja. Kausalität und so. Jetzt hab ich ein schlaues Wort benutzt. Ja, und ich weiß grad nicht was es bedeutet. Vielleicht kennst du es ja von dem englischen Begriff to cause. Oh, ausführen. Nein. Vorursachend. Ja. Oh. Jetzt kommen die Heavy Facts of the Supersmartigkeiten. Oh no. Ja, aber jetzt bist du geschockt. Meine English Skills sind on point. On point. Oh. Töte mich. Hast du den Schweif schon? Oh. Ja. Ich hab natürlich genug gekauft, oder wie sich das nennt. Hey. Oh. Von daher muss ich mir keine Sorgen machen. Was geht an mit meinem? Was siehst du das? Was ist das für die Rüstung? Immer noch die, also die vom Boss. Ja. Hm. Ich trag doch kein G-Rank. Das ist G-Rank. Oh fuck. Okay. Hat aber auch nicht so viel Verteidigung. Aber nur so fake G-Rank. Anscheinend kommt der jetzt, hat ja jetzt die neue Rüstung von Baroth richtig viel Verteidigung. Die kommen schon. Und die, wo dann nachkommen auch. Oh. Rote Sprechblase. Hm. Hm. Es sind wir G2. Alles klar. Oh. Aber ich kann dir mal sagen, ich bin jetzt die Folge. Jo. Schaut. Schaut. Wir schreiben. Ist ein toller Discord und so. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau. Tschau. Alles klar,20 Uhr. Länge. Wir sehen uns beimagen. 預